Hallo, ich bin Carsten in Hattingen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stückchen begleiten. Ich bin Carsten in Hattingen. Könnt ihr den Himmel sehen? Wahnsinn, oder? Ja, ein wunderschöner Märznachmittag. Ich konnte heute auf der Arbeit früher raus. Und habe mir gedacht, den Tag muss ich nutzen. Ich habe mir heute einen kleinen Rundkurs bei Hattingen ausgesucht. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne noch ein Stückchen mitkommen. Ich bin Carsten in Hattingen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018